Vormittag, Nachmittag, Mittag, wie auch immer. Mein Name ist Hans-Jürgen Schönig, ich komme von der Cyberdeck GmbH. Wir sind ein Postgres-Shop seit 20 Jahren. Wir machen solche Dinge wie Postgres-Support, Training, 24-7, Consulting etc. Wir sind im Prinzip eine reine Postgres-Bude. Und das Thema des heutigen Vortrags ist Postgres-Security. Und gleich als Warnung verwegt, das Ganze ist als kurze Übersicht über das Thema geplant und ist in keinster Weise eine vollständige Beschreibung von dem, was nötig wäre. Also das würde zeitmäßig in keinster Weise reichen. Also das Ganze ist ein Überblick über das Ganze konzeptionell, wie man das angeht, was es so prinzipiell gibt und wie man die Dinge ein bisschen herangeht. Frage vorweg, wo sind die Postgres-User? Hand hoch. Wo sind die Nicht-Postgres-User? Hand hoch. Ungläubige gibt es immer. So, gut. Postgres-Security, ein Überblick. Prinzipiell, glaube ich, muss man sich einmal bei dem ganzen Thema über drei Sachen bewusst werden. Wenn man über das Thema Security spricht, spricht man über das erste Thema, Transportverschlüsselung. Da geht es einfach darum, sozusagen, wie werden die Daten von der Database an den Client übertragen. Das ist im Allgemeinen Transportverschlüsselung. Ich glaube, das ist bei allen Database-Systemen relativ einfach. Also Stichwort SSL und so weiter. Und das sind eigentlich Dinge, die kann man eigentlich voraussetzen, dass die einfach funktionieren. Das heißt, ich werde da gar nicht so näher darauf eingehen. Das zweite Thema, das wir da haben, ist der ganze Themenkreis der Rechteverwaltung. Und ich versuche da einen Laserpointer in den Griff zu kriegen. Nein, das schaffen wir nicht. Wurst. Nein, das wird nichts. Also das zweite Thema ist das Thema der Rechteverwaltung, wo es um User-Tabellenrechte, Spaltenrechte geht. Darüber werden wir uns aufhalten. Und das nächste Thema ist das Thema der Datenverschlüsselung selber. Also Data-Adress-Encryption, dass man den Server als solches verschlüsselt, den hypothetischen Fall des Festplattenstehens abdeckt und so weiter. So, um das einmal durchzugehen. Ich würde euch dringlich anraten, beim Thema Postgres Security euch dieses mentale Modell immer vor Augen zu halten. Die Leute kriegen irgendeine Fehlermeldung, Permission denied und greifen dann auf der komplett falschen Ebene an. Also die Leute kriegen einen Fehler, Kontotabelle nicht anlegen, schematisch gesprochen, und versuchen dann auf Database-Ebene irgendwelche Dinge zu fixen. Auf der Ebene entsteht der Fehler aber nicht. Also wenn ihr mit Postgres-Berechtigungen arbeitet, prägt es euch ungefähr diese Nahrungskette ein bisschen ein. Das erste, über das wir reden, sind die Bind-Adressen. Dann geht es um Netzwerkfreigaben. Dann geht es um Instanzrechte, Database-Rechte, Schema-Ebene, Tabellenebene, Spalten-Ebene und Row-Level-Security. Das heißt, es wird immer feiner. Man kann sich das so vorstellen, wenn jemand versucht, aus dieser Flasche zu trinken, ist es völlig irrelevant, ob er beim Hörsaal reinkommt oder nicht. Das heißt, um zur Flasche zu kommen, muss ich durch die Tür, ich muss in den ersten Stock, ich muss in den Hörsaal, ich muss zum Tisch und erst dann geht es zur Flasche. Das heißt, ob dir die Flasche gehört, ist völlig irrelevant. Du musst mal da herkommen. Das ist einfach der Punkt. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, okay, Ground Select auf alles und dann ist alles gut, sondern du musst, um am Ende des Tages ein Stück Daten lesen zu können, durch diese ganze Nahrungskette durch. Und das ist den meisten Leuten nicht sonderlich bewusst. Darum gibt es da schauderlichste Fehler in den Berechtigungssystemen. Auf Ebene 1, Bind-Adressen, das ist quasi der Hauptschalter. Ich kann hergehen und sagen, okay, das Schlimmste, was du tun kannst, wissen alle, die verheiratet sind, ist ja, 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 ja. Dann hast du nämlich irgendwann, du hast gesagt, am besten ist gar nicht hinhorchen und gar nicht reagieren. Das ist die beste Strategie. Und auf Netzwerk umgesetzt sind das Bind-Adressen. Das heißt, im Postgres kann ich einfach sagen, okay, ich horche nur auf lokale Verbindungen, ich horche nur auf ein Netzwerkinterface oder ich horche auf alle. Was dann mit denen passiert, ist ein vollkommen anderes Problem. Also quasi, ob ich dann darf oder nicht, ist ein anderes Problem. Das ist meine prinzipielle Frage, höre ich überhaupt hin? Wenn im Handy keine Batterie drinnen ist, ist es völlig egal, ob dir die Nummer gehört oder nicht. Wir hören nicht hin. Ende der Debatte. Und das ist eigentlich der Hauptschalter. Und da gibt es einige Einstellungen, Listen-Adresses, setzt quasi diese Bind-Adressen, um einfach quasi Netzwerk zu aktivieren, würde ich mal sagen. Das Ganze läuft dann über einen TCP-Port und ich kann halt die Verbindungen beschränken. Also die Default-Einstellung in Postgres ist 100, bedeutet 97 sterbliche User plus 3 Super-User oder 100 Super-User. Okay, sie kann quasi 97 sterbliche Verbindungen öffnen und 3 sind immer Default-Einstellung Super-User-Reserved. Okay, das heißt, damit ich, wenn irgendwas ist und das halbwegs vernünftig gemacht habe, immer die Chance habe, sozusagen nicht noch einzuloggen und irgendwas zu tun. Okay, das sind immer die Bind-Adressen. Die zweite Ebene ist jetzt diese BGH-BA-Kont, wie man sie kennt im Postgres. Das heißt, wir haben uns jetzt einmal entschieden, dass wir prinzipiell auf das Netzwerk hören und im zweiten Schritt überlegen wir uns jetzt, wie mit diesen Netzwerk Zugriffen zu verfahren ist. Also ich könnte zum Beispiel sagen, okay, die Truppe da drüben ist SSL, die Truppe nicht und so weiter und so fort. Wer darf überhaupt? Und dieses Regelwerk kann man jetzt in dieser Datei konfigurieren. Und die könnte zum Beispiel so aussehen. Da gibt es jetzt irgendwelche Einträge da drinnen und die definieren, wie mit einem Netzwerksegment umzugehen ist. Also die erste Zeile oben sagt local, local, alle Datenbanken, alle User, das sind jetzt lokale Unix-Sockets. Das heißt, ich kann Postgres betreiben ohne Netzwerk über lokale Unix-Sockets, da gibt es keine Remote-Verbindungen. Und bist du von einem lokalen Unix-Socket für irgendeine Datenbank, für irgendeinen User, dann bist du Trust. Trust bedeutet, niemand wird dich um ein Passwort fragen. Der Handshake funktioniert so, ihr schickt mir ein Netzwerkpaket und ich sage euch, was ich von euch will. Ganz einfach, das ist der Handshake. Also wie das da funktioniert. Das gleiche gibt es jetzt für IPv4, für IPv6. Und in der vorletzten Zeile gibt es dann eine Regel, die sagt 192-168-0016. Das heißt, dieser Range, 192-168-00-00, der muss ein Passwort schicken. Das heißt, wenn ich mich lokal einlogge, sage ich PSQL, Database, zack, funktioniert. Wenn sich irgendwer aus diesem Netzwerk-Range einloggt, dann muss er mir ein Passwort schicken. Und das wird einfach dann gehashed über die Leitung geschickt. Und so kann ich mir jetzt meine Regeln runterdefinieren, indem ich sage, was weiß ich, die brauchen ein Passwort, die gibt es gar nicht, die werden ignoriert, aus dem Netzwerksegment nur in die Database, aus dem Netzwerksegment nur aus dieser Database oder aus dieser User. Wenn man sich jetzt die letzte Zeile anschaut, da steht 192-168-55, das ist jetzt ein klassischer Konflikt. Das heißt, oben haben wir Freigeben, mit einem Passwort kommst du rein, unten sage ich Nö. Und da ist die Regel im Postgres relativ einfach. Die erste Regel, die trifft, gilt. Das heißt, die zweite Regel ist, auf steirisch gesagt, völlig für die Fisch. Der kommt dort nie hin. Das heißt, wenn jemand von 5-5 daherkommt, trifft oben die erste Regel, die erste Regel sagt Passwort und das Thema ist erledigt. Okay, das heißt, man müsste es umdrehen, das wären dann alle bis auf 5. Da kann ich mir jetzt beliebige Regeln definieren und das ist eigentlich ziemlich einfach. Neustart ist nicht nötig, also wenn ich da jetzt eine Veränderung mache, reicht ein Reload, brauche ich keinen Neustart. Die logische nächste Frage ist, welche Methoden gibt es? Also Trust, Reject habe ich schon gezeigt. Es geht sie genau aus auf Armslide. Es gibt Trust, klar irgendwie, kein Passwort, kein Nichts. Es gibt Reject, heißt hinweg mit euch. Dann gibt es MD5, das ist quasi noch die Legacy-Methode. Also er fragt dich um ein Passwort und schickt es MD5 gehashed über die Leitung. Das ist jetzt vielleicht nicht so die coole Methode. Das ist schon ein bisschen out of date. Die neue Methode, die man verwenden sollte, ist jetzt dieses Scram Shard. Das ist einfach ein stärkerer Hash. Passwort selber ist ein bisschen Legacy. Das heißt, da wird jetzt Passwort Plain Text über die Leitung geschickt. Das ist nicht mehr ganz so zeitgemäß, würde ich sagen. Dann gibt es GSS, SSBI und diese Dinge. Damit kann man dann Active Directory authentifizieren, so Zeugs machen. Dann gibt es den alten Unix-Ident. Und dann gibt es eine sehr coole Einstellung, das ist Peer. Peer ist super. Stellt euch vor, klassisches Konzept. Du hast einen Server, du gibst ein Postgres-Database und einen Mail-Server. Ja, topmoderne Architektur. Und jetzt gibt es den Mail-Server-Admy. Nennen wir ihn da einfach halber Sendmail. Und dann gibt es den Postgres-User. Das heißt, ich habe zwei Unix-User, Sendmail und Postgres. Wenn ich im Unix der Sendmail bin, dann kann ich mich als Sendmail in Postgres anmelden, als Postgres-User-Sendmail, wenn es den gibt, ohne Passwort. Aber ich kann nicht sagen, psql-u-call, das geht nicht. Also wenn ich im Unix der Call bin, kann ich mich als Call in der Database anmelden, aber ich kann nicht den User wechseln. Das hat einen riesen Vorteil. Das heißt, der Postgres-Admy, der den Unix-Account hat, kann sich quasi ohne Passwort anmelden und der ganze Rest kann brausen gehen. Das ist relativ einfach. Das geht aber nur bei lokalen Verbindungen, weil sonst könnte ich es poofen. Das ist klar. Also das ist Default-Einstellung-Bereithet relativ praktisch. Nächste Sache wäre PAM. PAM ist alles. Kennt jemand PAM? Wer kennt PAM nicht? Hand hoch. Okay. Woher war es, wenn du dich einloggst am Unix, woher war es der, wie du zu authentifizieren bist? Das geht über PAM. Das heißt, da gibt es ein Config, etc.pam.d, und da steht drinnen, wie authentifiziert sich der Drucker? Wie authentifiziert sich SSH? Wie funktioniert Sudo? Wie authentifiziert sich, keine Ahnung wer? Das hat einen riesen Vorteil. Stell dir vor, es gibt 100 Authentifizierungsmethoden und 1000 Programme. Dann müsstest du 100.000 Schnittstellen schreiben, damit jeder alles kann. Das heißt, wenn da irgendwie in irgendeiner Applikation eine Smartcard-Authentifizierung dazukommt, müsstest du eine Schnittstelle schreiben. PAM verhindert das. Das heißt, ich kann sagen, PAM kennt alle Schnittstellen und jeder kann PAM. Da brauche ich quasi nur mehr PAM-Schnittstelle schreiben und schon kann sich jede Applikation Smartcard, LDAP oder etc. passwitty oder sonst was authentifizieren. Das ist PAM. Das heißt, wenn jemand Postgres an seine Smartcard anbinden will oder irgendwelche komischen Schlüsselverfahren, PAM ist der Weg. Für PAM gibt es quasi alles. Und ich kann Postgres sagen, fragt das PAM-Modul, was zu tun ist. So, LDAP-Radius und kleinseitige Zertifikate sind der Rest. Also ich kann jetzt quasi LDAP fragen. Wichtig ist, es wird nur authentifiziert. Wenn im App ein User entsteht, ist das Postgres voll wurscht. Also der User muss in der Database existieren. Es ist nur die Authentifizierung. Es ist wirklich nur die Authentifizierung. So, und das wäre mal die Netzwerkeinstellung. Also wir haben die Bind-Adressen definiert, wir haben HBR-Conf definiert. Das heißt, wir sagen mal, die Truppe da drüben braucht ein Passwort und SSL, die Truppe ist LDAP-authentifiziert und die Truppe da drüben existiert gar nicht. Hören wir gar nicht hin, interessiert uns nicht. Und jetzt müssen wir gemäß unseres Modells weiter vorgehen. Das heißt, wir haben jetzt Instanzrechte, Database-Rechte, Schema-Rechte, Tabellenrechte, Spaltenrechte, Role-Level-Security und dann der ganze Rest. Und auf Instanzebene gibt es jetzt einige Dinge, die relativ wichtig sind. Also Instanz in Postgres quasi einmal starten, auf der Ebene leben die User. Das heißt, der Call in der WordPress-Database ist dasselbe Call wie der in der Sales-Database. Das ist dasselbe Call. Es gibt auf Instanzebene, hast eh keiner, oder? Okay, gut. Das heißt, auf Instanzebene quasi leben die User und denen werden dann Rechte zugewiesen. Das heißt, diese Dinge leben da oben. Solche Dinge wie Rollen, Table Spaces leben oben. Und der wichtige Punkt ist jetzt für, speziell jetzt für Oracle und Co. Leute, User und Rollen sind Ident. Das heißt, ich kann sagen, Rolle Call, Login. Ich kann auch sagen, Great User Call, Login. Ist dasselbe. Gibt es keinen Unterschied. Man macht nur sinnigerweise folgendes, dass man hergeht und quasi sowas wie abstrakte Rollen definiert. Also man macht eine Rolle Lager, man macht eine Rolle Sales, man macht eine Rolle Buchhaltung oder so. Und die weist man dann echten Usern zu. Also das tut man üblicherweise. Also man macht eine mentale Unterscheidung. Aber Rollen und User sind im Postgres prinzipiell dasselbe. Great User, Great Role ist dasselbe, mit leicht anderen Defaults. Aber es steht in derselben Systemtabelle. Es ist genau das Gleiche. Es macht keinen Unterschied. So. Und auf Instanzebene kann ich jetzt diese Rechte zuweisen. Das heißt, ich kann sagen, du kriegst das Recht, einen User anzulegen. Und dann gibt es, die zweite Sache ist, es gibt ein Recht, zum Beispiel gibt es das Recht, ein Database anzulegen. Und dann bist du auch der Owner. Es gibt nämlich kein Drop-Recht. Es gibt kein Recht Drop, sondern du darfst nur eigene Sachen kaputt machen. Das heißt, alles was du besitzt, darfst du droppen. Besitzt nur eine Tabelle, darfst du sie droppen. Besitzt nur eine Database, darfst du sie droppen. Okay. Und quasi wenn ich dir das Create-Recht gebe, kannst du eine Database anlegen. Und in weiterer Folge kannst du sie auch wieder vernichten. Und dann gibt es die zweite Unterscheidung, Super User, No Super User. Das ist im Postgres relativ einfach. Gott darf alles, der Rest darf nichts. Einfache Unterscheidung. Das heißt, bist du Super User, darfst du alles. Diskussion beendet. Bist du kein Super User, darfst du nichts. Und ich muss dir die Sachen zuweisen. Also sowas wie Gott minus eine Tabelle gibt es nicht. Okay. Sondern entweder großer Chef oder niemand. Ganz einfache Unterscheidung. Das heißt, hast du der Super User Recht, gehst du an den Dingen vorbei, hast du es nicht, muss ich dir alles zuweisen. Einfach. Dann gibt es noch eine spannende Sache. Beispiel Login, No Login. Nehmen wir an, du bist Buchhalter. Also nehmen wir an, der Call hat die Rolle Buchhalter. Dann möchtest du, dass sich jemand als Call anmeldet. Du müsst nicht, dass sich jemand als Buchhalter anmeldet. Das wirst du nicht, weil du wirst wissen, wer hat es verbrochen, wer hat es verbucht. Das heißt, man unterscheidet auf dieser Ebene zwischen Login und No Login. Und No Login bedeutet, das ist quasi so ein abstraktes rechte Bündel, Lager. Davon kannst du erben. Du bist Lager, du bist Lager, du bist Lager. Aber der Call hat Login. Und der darf dann rein. Das heißt, Login ist quasi der Hauptschalter, dass ich überhaupt einmal die Instanz betreten darf. Das ist einmal sehr, sehr wichtig. Und auf Database-Ebene kann ich dann die verschiedenen Rechte zuweisen. Mit Ground Revoke. Das heißt, ich kann jetzt sagen, Ground Connect etc. Auf Database-Ebene gibt es dann Connect-Rechte. Das heißt, ich habe eine Instanz, da muss ich mal rein. Und dann überlegen wir uns, zu welcher Database darf ich eine Verbindung aufbauen. Also Login ist einmal der Hauptschalter. Ja, das unterscheidet jetzt echte User von quasi rechten Bündeln. Und Connect ist dann wirklich, ich darf eine Verbindung aufbauen. Ich kann sagen, zu Database Lager darfst du, zu Database Buchhaltung darfst du nicht. Also einmal prinzipiell rein. Was du da drinnen darfst, ist ein komplett anderes Problem. Aber prinzipiell kann ich mal sagen, okay, zu drei Databases darfst du dich verbinden, zu zwei nicht. Und dann gibt es auf Database-Ebene das Create-Recht. Das heißt, wenn ich in einer Database das Recht habe, Create zu machen, dann darf ich keine Table anlegen. Ich darf ein Schema anlegen. Wenn ich das Schema besitze, darf ich ein Table anlegen. Aber du hast noch eine Ebene dazwischen. Die meisten Leute glauben, oh, Create-Table geht daneben, nicht? Grant, Grant, Create, nicht? On Database. Das ist ein Blödsinn. Funktioniert nicht. Du hast eine Ebene dazwischen. Das heißt, ich habe in einer Database verschiedene Schema das. Das ist wie ein Namespace. Und ich muss quasi zuerst in das Schema reinkommen, damit ich dort was tun darf. Okay? Und auf Schema-Ebene gibt es jetzt wieder zwei Rechte, nämlich Create und Usage. Usage heißt, ich darf das Schema betreten. Das heißt, ich darf einmal schauen, wer da drin ist überhaupt. Und ein Create-Recht heißt, ich darf da drin dann was erzeugen. Eine Funktion, ein Table oder sonst was. Wichtig ist, es gibt keine impliziten Rechte. Du kannst ein Create-Recht haben ohne Usage. Das ist irgendwie Fad dann. Du kannst ein Insert-Recht haben ohne Select. Das heißt, du kannst einfügen, ohne dass den Datensort hier wieder... ...der sehen wirst. Das geht schon. Da gibt es Dinge, wo das Sinn macht. Zum Beispiel bei der Auditierung. Du sollst nicht wissen, was ich mitschreibe über die, nicht? Okay? Und jetzt geht es auf der Bellenebene. Das heißt, auf der Bellenebene ist eigentlich dort, wo die meisten Rechte vergeben werden. Da gibt es jetzt Insert, Update, Delete, Truncate, References und Trigger. Was Select bedeutet, ist irgendwie klar. Was Insert bedeutet, ist auch klar. Update ist klar. Bei Delete und Truncate gibt es einen Unterschied. Wieso? Truncate macht einen Table-Lock, Delete nicht. Delete macht Zeilen-Locks. Das heißt, wenn ich 100 Millionen Zeilen lösche, kann jemand trotzdem in der Zeit noch eine Zeile einfügen. Truncate ist ein Table-Lock. Da passiert gar nichts mehr. Dann ist Schluss im Laden. Das heißt, es sind getrennte Rechte. References ist auch ein sehr cooles Recht. References erlaubt mir, dass ich einen Foreign Key machen auf der Table, ohne die lesen zu dürfen. Wieso? Stellt euch vor, ihr kriegt jetzt eine medizinische Diagnose. Patient 4711, chronischer Schwachsinn, wird sterben. Jetzt willst du sicherstellen, dass es Patient 4711 gibt, aber du sollst vielleicht nicht wissen, dass es der Herr so und so ist. Du darfst den Key referenzieren, aber die Table nicht lesen. Sonst würde es draufkommen, wer hat einen Strafzettel gekriegt, wem kehrt das Auto. Du darfst nur Kennzeichen eingeben, das es wirklich gibt, aber du darfst nicht wissen, wem das Auto kehrt. Du darfst quasi die Tabellen nicht lesen. Das heißt, das ist das References-Recht. Das ist meiner Meinung nach sehr, sehr, also viel zu selten verwendet, für meinen Geschmack. Dann gibt es Trigger, das heißt, darf ich einen Trigger definieren. Das sind einmal die Tabellenrechte. Und auf Spalten-Ebene gibt es so etwas Ähnliches. Du gibst Select, Insert, Update. Das heißt, auf Spaltenrechte gibt es sowas auch. Das heißt, ich kann sagen, die Kreditkartenspalte darfst du nicht sehen. Und da ein kleiner Tipp aus der Praxis, das wird euch fürchterlich am Arsch gehen. Also Spaltenrechte sind ungefähr das Schlimmste, was du wem antun kannst. Weil Select Stern nicht mehr geht. Wenn Select Stern nicht mehr geht, ist einmal die Hälfte aller Anwendungen, einmal prinzipiell, einmal Out of Business. Und du hast dann spätestens nach zehn Minuten vor dem Terminal das Gefühl, du musst dagegen treten. Weil wenn du geschwind in eine Tabelle reinschauen willst, er hat 140 Spalten und eine darfst nicht. Dann gehst du einmal ausschreiben. Also zu empfehlen an dieser Stelle wie ich, super Copy-Paste-Functionality. Aber ansonsten, du kriegst mit Spaltenrechten, kriegst nach drei Minuten das Gefühl, du musst gegen einen Pütschirm treten, weil du keine Daten mehr kriegst. Also tut das wirklich nur Leuten an, die es nicht leiden können. Also das ist wirklich grausam ohne Ende. Gut, so, jetzt haben wir folgendes Problem. Rechte vergeben ist Arbeit. Wir suchen keine Arbeit, wir suchen Einkommen. Das heißt, in diesem Sinne, Default-Rechte. Die Hocken muss man anderer machen. Zuerst noch eine andere Kleinigkeit, bevor wir die Default-Rechte angeben. Es gibt in Postgres sowas ähnliches wie Unix World. Das heißt Public, quasi die Weltöffentlichkeit, alle. Das ist sowas wie eine Rolle. Es ist keine Rolle, das kann man nicht umbenennen oder so. Das ist einfach da. Das sind alle. Und alle haben defaultmäßig eine ziemlich blöde Eigenschaft. Nämlich, jeder hat Connect-Rechte auf die Database und jeder kann im Public-Schema wüten. Das heißt, du legst eine neue Database an, bedeutet jetzt, dass der neue Kollege sich zu dir verbinden kann und im Public-Schema ein Thema anlegen kann. Das ist praktisch zum Entwickeln, das ist praktisch so im Alltag. Ist jetzt vielleicht, wenn das Ganze produktiv geht, nicht so das Mörder-Ding. Das heißt, ich würde euch diese zwei Zeilen, die da unten stehen, irgendwie dringlich ans Herz legen. Nämlich, revoke all on database from public und revoke all from public-Schema from public. Das sorgt dafür, dass du explizit sagen musst, jawohl, liebe Sales-Mannschaft, ihr dürft euch verbinden. Jawohl, lieber Karl, du darfst ins Public-Schema was reinschreiben. Das heißt, ich würde euch, wenn ihr das professionell betreibt, euch irgendwie diese zwei Zeilen irgendwie ans Herz legen, damit dann nicht irgendwie, okay, ich habe eh alles abgesichert, wo kommen die 200 Tabellen her? Und warum kriegt der Typ ein Permission-Denight auf ein Database, wo er gar nicht hin soll? Das sind so die typischen Cases dann. So, und dann gibt es noch, wie bereits angekündigt, die automatisierte Rechte-Vergabe. Es gibt nämlich so einen Fall. Stellt euch vor, du hast ein Buchhaltungsschema, da gibt es 100 Tables und es geht jemand her und sagt, der Einfachheit halber, Grant select on all tables in Schema. Das ist eine Hilfestellung, damit du nicht sagen musst, Grant A, Grant B, Grant C, Grant D 100 Mal. Das ist mühsam. Das heißt, es gibt Grant on all tables in Schema, das ist eine Schleife. Das heißt einfach, alle da drüben dürfen wir lesen. Das ist so lang lustig, solange sich das nicht verändert. Aber es gibt oft solche Dinge wie, alle Buchhalter sollen im Buchhaltungsschema alle Tabellen lesen dürfen. Typisch anwendig. Im Lager sollen alle, weiß ich nicht. Jetzt, wenn sie jetzt in dem blöden Buchhaltungsschema irgendein Table verändert, ein Speuten dazukommt, also eher ein Table dazu oder eine Funktion dazu, dann besteht die sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass jemand vergisst, das Recht zu vergeben. Dann bricht die Applikation in drei Wochen. Nicht jetzt. Create Table geht. Sie bricht in drei Wochen, wenn dann irgendwer in der Applikation auf den neuen Knopf drückt. Wo diese Table halt dann angegriffen wird, diese 101. Und das ist ein Problem. Alles, was sofort bricht, ist lustig. Das kann nicht zurückrollen. Alles, was in drei Wochen bricht, ist ein latentes Problem. Wenn in drei Wochen jemand steht bei der Dialyse und da geht nichts, dann haben wir es eilig. Okay? Das ist ein Problem. Das heißt, ich kann jetzt sogenannte Default Privileges vergeben. Funktioniert so. Ich kann sagen, alter Default Privilege vor Buchhalter in Schema Buchhaltung und dann sage ich halt Grant, Select, On Table, Function, bla bla bla. Das heißt, ich kann für Dinge Default Rechte vergeben. Das heißt, wenn im Schema Buchhaltung eine Tabelle entsteht, dann kriegen die Buchhalter Default Rechte Select. Punkt. Das heißt, ich reduziere das Problem, dass Dinge verloren gehen können, dass Leute Dinge vergessen und die Applikation dann drei Wochen später bricht, wenn zufällig jemand dann auf diese Table zugreift. Gibt es da Fragen dazu? Das wäre relativ einfach. Man muss nur wissen, dass das existiert. Das ist der Punkt. Das ist alles jetzt nicht Nobelpreis-Vertächtig. Literaturnobelpreis sowieso nicht. Das heißt, das sind alles Dinge, die man einfach bedenken muss. Wenn man das einmal gesehen hat und das klar ist, ist das sehr einfach. Man muss es nur bewusst in diesem Sinne einmal gesehen haben. Okay? So. Kommen wir zur nächsten Sache. Row-Level-Security. Das ist ziemlich cooles Zeugs. Ihr kennt vielleicht die Konstruktion. Da hat jemand 100 Kunden. Und was machen die? Die legen 100 Databases an für jeden Kunden einen. Dann habe ich 100 Mal alle Mehrwertsteuersätze, 100 Tabellen mit Bundesländern, 100 Mal Produktkategorien, 100 Mal Konfiguration, 100 Mal alles. Und wenn sich jetzt die Applikation ändert, muss ich 100 Stück updaten. Das heißt, mit Row-Level-Security kann ich etwas produzieren, was man in anderen Systemen Virtual Private Database nennt. Das heißt, ich gehe her und blende sukzessive Daten aus. Das heißt, die Person A sieht nur Männer, weil das ist der Männerfriseur. Die Person B sieht nur Frauen. Also wenn ich Select-Stern mache, kriege ich ein Million Zeilen. Wenn er Select-Stern macht, kriegt er 800.000 Zeilen. Und wenn er Select-Stern macht, kriegt er 3,7 Millionen Zeilen. Je nachdem, wie eben die Rechte sind. Bei Spalten-Security vorher geht Select-Stern in die Knie. Wenn er sagt, nein, 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 die Spalte darfst du nicht. An der Stelle sehen wir unterschiedliche Dinge. Also in Summe sind 10 Millionen Zeilen drinnen, du kriegst 2 Millionen, ich kriege 3. Okay? Das ist Row-Level-Security. Und das ist ziemlich cool. Da kann man nämlich eine Policy definieren. Und die Policy sagt jetzt, wie deine Sicht auf die Daten auszusehen hat. Ich sage, Great Policy, bla bla bla, On-Table-Konto. For Select to Current User. Also bin ich als Call eingeloggt, bin ich der Call, bin ich als Sepp eingeloggt, bin ich der Sepp. Also ich erzeuge zum Beispiel eine Policy für Select, für wer auch immer du gerade bist. Und jetzt lege ich da unten eine Using-Expression fest. Und die Using-Expression definiert jetzt, was du siehst. Nämlich, die Männlein, die Weiblein, alle nur Buchungen der letzten drei Wochen und so weiter. Da gibt es jetzt zwei Dinge. Es gibt eine Using-Clause und eine Check-Clause. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Der Using-Teil ist der Leseteil und der Check-Teil ist der Schreibteil. Kannst du zum Beispiel sagen, du siehst nur unbezahlte Rechnungen. Aber wenn du ein Update machst, darfst du nur bezahlt reinschreiben. Also Check heißt, was ich schreiben darf. Und Using heißt, was ich lesen darf. Ich kann ihm sagen, lesen kannst alles. Aber schreiben darfst du nur Dinge, die nicht bezahlt sind, zum Beispiel. Also du darfst nur auf bezahlt setzen oder auf rejected. Du darfst nie auf, weiß ich nicht, was setzen. Das heißt, Check ist, was darf ich einschreiben. Und Select heißt, Using heißt, was darf ich lesen. Ich sehe nur Frauen, aber ich darf das Geschlecht nicht ändern. So in die Richtung. Okay, oder was auch immer. Oder ID darf ich nicht ändern. Wurscht. Irgend so was. Das heißt, da gibt es mehrere Teile. Das heißt, ich kann da beliebig viele Policies verbauen. Und da zeige ich jetzt ein kleines Beispiel. Ich lege jetzt mal ein Table an. Create Table T-Test. Und die ist Select Stern from Generate Series. Das ist ein super fahre Table. Da steht drinnen eine Spalte ID. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mehr steht da nicht drin. Das ist ein Table mit fünf Einträgen. Eins bis fünf. Jetzt sage ich, alter Table T-Test enable row-level security. Das heißt, ich sage, diese Table läuft unter row-level security. Dann lege ich den User Joe an und sage, lieber Joe, du darfst alles. Und wenn ich mich jetzt als Joe einlog, ist die Table leer. Da sind fünf Zeilen drin. Für mich, für ihn nicht. Wer hat keine Policy? Ihr Pro-level security aufgedreht. Hast du default-mäßig einmal? Ja, nichts. Und jetzt muss ich ihm eine Policy geben, damit ich definiere, was darf der denn haben. Und jetzt kann ich eine sehr einfache Policy definieren. Die würde in diesem Sinne jetzt heißen, okay, create policy my poll for select to Joe using ID kleiner 3. Kein Wum, er sieht zwei Zeilen. Die anderen drei sieht er nicht. Okay? Und da kann ich mir jetzt sehr, sehr coole Policies erzeugen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich darf nur Dinge sehen, die ich selber erzeugt habe. Ich sehe meine Buchhaltung, du siehst deine Buchhaltung, er sieht seine Buchhaltung. Also ich habe ein Buchhaltungstable, 15.000 Mandanten. Und jeder sieht nur seine Daten. Und der Vorteil ist, es kann nicht ausbrechen. Jetzt könnte man ideologisch diskutieren, aber die Security gehört in die Applikation. Ja eh, kein Problem. Das heißt ja nicht, dass du nicht trotzdem ein Sicherheitsnetz spannen kannst. Das ist ja kein Entweder-Oder. Das ist wie wenn du sagst, okay, ich habe einen Tempomaten drin, die Bremsen bauen wir aus. Kann man machen, muss man nicht. Das ist ja kein Entweder-Oder. Das kann ein zusätzlicher Layer sein. Weil alles, was die Database nicht ausspuckt, kann oben nicht falsch sein. Wenn du jetzt eine Buchhaltungsanwendung hast, die hat ein Million Zeilen Code, ist nicht die Frage, ob es einen Park gibt. Die Frage ist, wie viele. Ob nicht irgendwo in irgendeinem komischen Untermenü, wo irgendeine Steuerklasse-Scheiß gerechnet wird, nicht vielleicht doch ein Filter auf dem User fällt. Irgendwo. Und das fällt nicht auf. Das heißt, es ist keine Frage von Entweder-Oder, ob das gut oder böse oder verwerflich oder ideologisch bedenklich oder was weiß ich, was ist. Das ist scheißegal. Der zusätzliche Layer, den kann ich einziehen. Und der kann mir helfen, meine Datenstruktur zu vereinfachen. Bitte. Superuser ist Gott. Gott sieht alles. Einfach. Das heißt, du kannst dem User das Recht geben, Bypass Row-Level-Security. Also ganz einfach sagen, alter User Joe, Bypass Row-Level-Security. Dann läuft der an dem System vorbei. Aber prinzipiell Superuser läuft am System vorbei. Superuser ist eine andere Kategorie. Das gilt nur für sterbliches User-Volk. Okay. Und da oben ist, das ist jetzt eine sehr einfache Policy. ID kleiner 3. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die ist sinnlos. Was du da oben tun kannst, du könntest zum Beispiel auch sagen, using Produktkategorie in select, schauen wir nach. Dann wird es nämlich konfigurierbar. Dann habe ich nämlich hier in der Tabelle, wo drinnen steht, welcher User, der welche Produktkategorien in welchen Filialen hat. Und in der Policy steht drinnen, where Produktkategorie in select, bla bla bla, where current user. Dann kann ich nämlich konfigurieren, was der sehen darf in irgendeiner GUI. Also diese Dinge sind nicht so hart verdrahtet, wie sie da drinnen stehen. Ich kann durchaus sagen, ID in und die Liste kommt aus irgendeiner Config in irgendeiner anderen Tabelle. Kannst du zum Beispiel konfigurieren, du bist 5000, der bis 3000, der bis 10.000, der nur im Burgenland, der nur in der Steiermark. Okay, das kann man sehr, sehr flexibel konfigurieren. Das ist sehr, 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 sehr cooles Zeugs. Gibt es da Fragen dazu? Ja, bitte. Wenn ich mit explain die Query dann anschaue, sehe ich dann, wenn das kein Index verwendet? Das ist wie eine verpflichtende Wire-Bedingung. Also du kriegst die Wire-Bedingung ID gleich 3 aufgedrückt. Das ist eine verpflichtende Wire-Bedingung, die du nicht los wirst. Die siehst du dann im Query-Plan und sinnvollerweise ist es so gestaltet, dass es indiziert ist und dass es nicht zu schwierig ist. Du hast diese Wire-Bedingung immer dabei. Das heißt, wenn du da ID in, der Wahnsinn bricht aus, dann hast du das überall dabei. Das muss man bedenken. Aber das hättest du ja in der Applikation ja auch. Also vollkommen wurscht. Das heißt, in diesem Sinne, es ist nur so, dass diese Dinge von der Ausführungsreihenfolge her, es hängt davon ab, wenn du da zum Beispiel Procedures verwendest, hängt es ein bisschen davon ab, wie die markiert sind. Sind die leak-proof oder nicht? Dann kann der optimale Ausführungsreihenfolgen verbessern und so weiter. Das heißt, wenn du nur Männer sehen darfst, theoretisch, und du sagst Wire-ID gleich drei, dann vertauscht er die Bedingungen. Dann führt er zuerst die ID aus und dann sucht er die Männer in der Hoffnung, dass eh keiner überbleibt. Also er hat da durchaus die Möglichkeit, diese verpflichteten Bedingungen zu vertauschen. Unter der Annahme, alles ist leak-proof. Langes Thema. Gut, andere Frage? Irgendwas? Irgendwer? Ja, es gibt auf Security of Functions, da gibt es nämlich Security Invoker, Security Definer. Nehmen wir an, du rechnest Select Cosinus 10, dann läuft der Cosinus als du. Wenn du sagst Select Kostenabrechnung, dann brauchst du für Kostenabrechnung vielleicht Rechte, die du gar nicht hast. Irgendwelche Sätze, Berechnungssätze, interne Stundenbewertung, schlag mich dort. Das heißt, du führst effektiver Berechnung aus auf Daten, die du nicht siehst. Das heißt, in dem Fall könntest du die Funktion als Security Definer definieren, dann läuft sie als wer anderer. Dann sagst du Select Abrechnung. Dein Select läuft als du, aber nur die Abrechnungsfunktion läuft als der Typ, der das darf. Das ist quasi sudo innerhalb von SQL. Also ihr könnt quasi innerhalb von einem Statement mehrere Security Contexts haben. Security Invoker, Security Definer. Also eine Funktion läuft als Autor. Also man sagt, Select Abrechnung Tokio, Abrechnung London, Abrechnung Lateinamerika und das könnten drei verschiedene User sein. Weil niemand alles sehen darf. Zum Beispiel. Also die Rohdaten, die in die Funktion laufen. Das ist noch ein Thema. Ja, und dann, wir hoffen, dass wir es in Postgres 13 kriegen, für zwölf ist es zu spät. Sogenannte Data Address Decryption, dass du, wenn du den Server anlegst, musst du einen Key angeben. Damit wird die komplette Instanz auf Block-Ebene verschlüsselt. Und du kannst den Server dann nur mehr starten, wenn du irgendwie diesen Key daher zahlst. Also über ein Modul, über Integration in einen Schlüssel-Server, wie auch immer. Das ist dann dem User entsprochen. Ich hoffe, wir kriegen es rein, Postgres 13. Aber wie gesagt, jetzt, wir haben Code für 9.6, 10.11 und so weiter, aber es ist halt noch nicht Upstream. Gut, any questions? Zur Druckbetankung Security, Postgres Security in 40 Minuten. Bitte. Satz gemeint. Zuerst fragt ihr einen in der ersten Reihe, dann in der letzten und dann wieder vorn. Organisiert euch ein bisschen. So, danke für den Vortrag. Eine Frage, wenn wir bei Security sind, kommt dann vielleicht irgendwann nochmal auch sowas, dass du sagen kannst, ich verschlüssel jetzt irgendwie mit Gruppen-Kryptographie, die auch nicht dabei sind, dürfen wirklich nur die Leute entschlüsseln, die keine Ahnung. Das SL-Zertifikat, das Klein-Zertifikat oder so haben. Also die Situation ist die, man hat, es gibt Funktionen von einem Skype, ehemaligen Skype-Mitarbeiter, dem Marco Krenn, der hat ein Modul geschrieben, heißt BG Crypto. BG Crypto gibt dir einen Haufen Funktionen, die verschlüsseln können. Du sagst, Select Crypt, ABC, dann kommt irgendwas raus. Select MD5, etc. Das heißt, du könntest dir sowas im Userland bauen, ist aber ein bisschen unangenehm, weil du solche Dinge verlierst, wie Sortiereinfolge und so. Dass es im Postgres-Core auf der Bellenebene sowas gibt, ist nicht ganz trivial. Nämlich kryptografisch, kein Problem. Aber du musst bedenken, dass wenn du das Transaction-Log mitverkryptest, was passiert bei DDE-Encryption, dann muss der andere Kerl drüben das lesen können. Das heißt, du müsstest auf allen Teilen in deinem Cluster, und der kann groß, geografisch verteilt und was auch immer sein, hast du das Schlüsselmanagement am Arsch. Das heißt, wenn jemand sagt, Create Encrypted Table, da ist mein Key, wie machst du das auf deinen Replikaten? Also quasi, wie kriegen die das mit? Wenn ich den Key rüberschicke und sage, hey, das ist der Key für das, das und das, ist sinnlos. Das heißt, Sinn macht es eigentlich nur dann, das zu verkrypten, wenn du beim Start den Key aus mysteriöser Quelle beziehst, nicht Filesystem, nicht Keyboard, nicht Environment, sondern irgendwie die integrierst mit irgendeinem Keystore und der Key dann aber auch quasi vergessen ist, mehr oder weniger. Also der ist dann nur mehr im Rahmen, aber nirgends mehr gespeichert. Und darum dentiere ich persönlich dazu, dass die Implementierung so einfach sein sollte, dass es nur einen Key gibt für die Instanz. Weil ich glaube, dass du sonst in die Replikationshölle rennst. Ich glaube, dass es Implikationen gibt, die habe ich noch nicht verstanden. Also ich glaube, da muss man 200 Jahre drüber nachdenken, um das wirklich zu tun. Ja, andere Fragen? Irgendwas? Na gut, in diesem Sinne, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie hast du schön, follow us on Twitter, like us on Facebook, verbreitet die Nachricht. Herzlichen Dank und ein oragelfreies Leben in diesem Sinne. Vielen Dank. Applaus